Hallo, mein Name ist Kevin Regener, ich bin Su-Chef im Hotel Das Arbeck Hotel & Spa auf der Insel Usedom. An meiner Seite habe ich Karin Sandow, die Chef der Party in unserem Haus. Anlässlich des Brauentags haben wir ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet und den Hauptgang stelle ich Ihnen jetzt Karin vor. Zum Hauptgang gibt es im Pergament gewackenes Lachsfilet mit Buntung, Gemüse und Kräuterkartoffeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Nachkochen findet ihr in der Beschreibung und wir wünschen Ihnen einen schönen Frauenteig und viel Spaß beim Nachkochen. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, Sie bald wieder im Hotel begrüßen zu dürfen.